es ist ganz ehrlich die arme letterjagd könnte man vorher ruhig ausziehen aber weiß was ich frage mich ja immer noch was hat bringen soll mit diesem anstoßen dass er weiter fliegt ja da fliegt ja wenn ich wirklich weiter will eigentlich sollte das oder macht anstoßen wenn der irgendwie auftritt aber da zählt doch eigentlich die erste aufprall oder du musst nur einer so richtig hart du musst jetzt so einer hand mit 100 200 ja und los geht's Bart ich lese jetzt wieder Kommentare durch das machen das mache ich immer so gern Bart 250 und hat dein neustre Video Chur ich suche cooles Video schau doch auch mal bei mir vorbei hey entspannende Stimme hat mir auch noch nicht noch keiner gesagt finde ich toll Guck du hast nicht so eine Stimme von dem zweijährigen sondern eine richtige Let's Player Stimme hab dich abonniert ja ist doch cool oder welches Texture Pack verwendest du ähm ich bin mir an der Stelle gar nicht mehr so sicher weißt du das irgendwie ich glaub die Vito hat mittlerweile auch schon wieder ein anderes Texture Pack ja das ist aber seins ja das ist seins aber das war das ich glaub das kann man in der Form jetzt schon gar nicht mehr kriegen oder ach jo weil das in der Endspunkt 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 ist jetzt hat er jo schon einen Endspunkt 3 genau das sind jo zwei verschiedene Sachen und so zu sagen habe ich jetzt das ist jetzt irgendwas Spezielles das ist nicht unbedingt Marte lass mir doch wenigstens meine Illusion okay du bist ganz speziell du bist ganz besonderer ach danke 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 wow ey dann hast du voll langsam gar nicht ey 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 nein haha wie gut warte ich sorge dafür dass der Kontaktteile mal niemals runter geht ey hoff auf um Bremse rumzustehen bin ich garne Alter ist das Autokotten das war sauschnell ne aber so BAM scheiße hammermuck bin ich ja und mit dem Auto da radierst du ja echt nur auf nur Dings rum hä mit dem Auto weil ich hier hab der radierst du irgendwie nur auf der Stelle wenn er einmal in Schleudern kommt und ich hab grad schon gesagt normalerweise ey ey du bist hochgefahren ma bleib unten komm runter aah komm rein komm ram mich flieche rum los ram mich BAM ok gut Kontaktteile mal wieder da bei mir bei dir ne doch bei mir auch ja klar waa waa gell schrom jawoll volltreffer scheiße ich hab mir selber mehr abgezogen wie dir mal lass uns gleich wieder rennen fahren dann kann ich irgendwie besser ja deswegen hab ich dir was ausgewählt he das würde ausgewirmer sein ich bin schon in die richtung wo die rund geht zumal ist das so er streckt um mir und sein irgendwann kreuz und dann von automatisch ich meine sehr gerne so verkehrt wenn dann wo wo das ist denn das am nicht ein Bild geht wenn ich wieder weg ich bin doch die Köln Mai erhebende Beule macht bei Ausluss noch schneller das hat sich jemanden glaube ich bei geht ja wie immer der Hohler gleich war Ja, weil mir im Rennen ist. Das sieht man aber eigentlich auch schon bevor man die Lobby trifft, oder? Ich schwöre es nicht. Doch, ich bin davon überzeugt. Bleib doch. Ich fahr jetzt einfach. Ohne Kontakt-Timer. Warte, erstmal verkratze ich jetzt meine Beifahrerseite. Ich fahr jetzt an der Wand lang. Krieg mich doch. Ich hab dich sogar kriegt. Guck mal. Boah, aber irgendwie macht das Dach mit zu Spaß. Nee, irgendwie nicht. Ich dachte, Rennen sind irgendwie spannend, doch. Du müsste mehr dabei sein. So 20 Stück. Habt man früher eigentlich so, ähm... Was ist denn früher? Ähm... Früher war jo... Was ist das denn? Ach, vergiss. Ich wollte grad schon sagen. Was redest du denn da? Was ist denn... Was ist denn da? Das ist eigentlich... Ich werde mich verarschen. Mir fehlt über deinen Beinen. Mach... 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 Mach mich doch einfach kaputt... GLEMMM! Kommen wir Fahrtumor in die Richtung und die wo mein Auto jetzt bleibt. So und jetzt voll Crash. BAM! Yeah! Oh Col, ich brenne. Du Col, ich brenne. Warte, warte! Nein! Oh verdammt! Damn! Alter, mein weiße Fahrerseid ist so verbohlt. Oh mein Fahrerseid überhaupt nicht. Sieht so geil aus. Jawoll! Boah, jetzt müssen wir noch einmal richtig rampen und dann ist es vorbei. Dann bleibt stehen. Okay, komm präsentiert Teller. Weil Reef fehlt, aber... Weil Reef fehlt, aber... Warte. Komm mit... Mit Nitro! Warte! 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 Was denn? Ist die Aufnahme schon an? Jaaa... Hallo! Warte! 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 Wie ne? Täglich! Nägue! Ja, täglich! Ja! Nägue! Ähm! Am Woche-End ist schon mehr, aber kommt darauf an, ob ich jetzt zwei Freunde bin oder mighty oder eine halbe, Tim ents. Also mein Kumpel er bollgeимо mobile-Sens, den hast du ja im letzten Mal schonmal kennengelernt. Der hat bei Battlefield, ich glaub irgendwas, mit 8 Millionen Punkte und... keine ahnung wie viele hundert stunden spielzeit schon echt heftig das ist gar nicht ja ich weiß nicht ich sag mal so wenn du in einer woche also du kannst es macht ja richtig spaß und du spielst das vielleicht am da sagen wir zwei bis drei stunden weil das machst du ja öfter schwitzt richtig geiles und dann kommen wir schnell so viel stunde zusammen macht enden ja ich muss kurz das teil schließen trotzdem finde ich das schon heftig ja oh jetzt muss ich wieder zurück ich hab eh so spiel ich will jetzt in der zahne hält das habe ich 200 spielstunden 200 aber eigentlich macht mir das spiel gar kein spaß aber das ist der multiplayer der der ist eigentlich nicht so gut aber trotzdem weil es meine ganze freunde haben spiele ich das halt immer mit denen welches? das ist jetzt mal egal mein geheimnis? das weiß ich mal spät das weiß ich mal spät ok darf das keiner wissen? ne was ist jetzt? hat's fertig? hallo? ja noch nicht wie noch nicht? ich muss ja rennen noch raus gehen hier ha ha verdammt ok wieder raus gehen ok jetzt so gucken wo der kohjois ist kohjois kohjois ich find dich nicht du bist nicht in der liste dann aktualisieren und da ist er auf Platz 1 yeah mit 8 spielern yeah alle parts von 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 du weißt schon was wir euch da besagen weil ich so lange aufgenommen habe sind fertig gelandert warte die haben aber jetzt nicht parallel zu unserem Kuh gehört nach oben doch verdammt warum nicht oh warte mal ich wollte mir die Lackierung von ich wiederhole warum nicht naja du hast ja einen leistungslösen gesehen ich ne so lass uns nicht sein so ist ja komische Spahn oh Dodge ist auch dabei hallo Dodge der ist bestimmt aus Dodge na wer weiß verdammt ich versuche grad was zu machen nein versuch nichts zu machen lass uns spielen ich will spielen ok 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 jetzt hat er bestimmt so kack Auto genommen wie geil dann können wir ihn kaputt